hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge diablo ist jetzt alles wieder resettet weil ich kurz ausgelockt habe ist das jetzt weg diese die rocke seine beibung wo hängen gut wir werden wir hierin gehen holy shit ist der duser kriegen wir so neuen masken hier krass kette noch eine stufe in der stufe weiter aus da wie sahen die denn aus hat er hier sind tote wir sind hier sind kinder skelette ich dachte es wird nicht mehr schlimmer als ob sie los hier das ist eine schlimme Augen hier junge 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 jetzt schon in den zweiten bereich da aber ja nicht hin weil er hier weiter du heute nur ach so wir sind aufgestiegen okay ist er tot habe ich sie tötet krieg dafür jetzt einen preis da gehst du dadurch aber hier ist doch noch nicht aber wir sind schon immer durch ja ok so wartet hier auch hier ist das schon wieder nicht angezeigt hat er sonst auch nicht angezeigt oder hat mich so sicher ich darf aber sagen nicht ja 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 da muss mein mal ein wir hatten wir da wieder mal ein cloud er kriegt hier ich krieg hier gleich noch zu viel ich bin überladen ja ja dann lass dit hier lass dit hier und lass Jot verdankt dit hier und dit hier und dit hier ja dann mach mal die mana tranken ja hä wieso bin ich ich bin ich bin nicht ich bin ich bin Holy moly Zeig da nur zu Ebene 3 Dann gucken wir mal uns da unten nach oben Das ist noch ein kleiner Bereich, aber dann wird wahrscheinlich auch nicht viel los sein Na ja Ah, das war's schon Na Junge, du bleib doch da nicht stehen, sondern komm mit Steht der da rum und lässt sich da abschießen, wie dumm muss man eigentlich sein Dann ist meine Aufjahr aber Um doof rumstehen und sich abschießen lassen So So Kann mir mal einer verraten, wofür man so viel Yold braucht? Kommt wahrscheinlich noch, oder? Es gibt ja auch Farmen, Goldfarmen Guides, wie man am besten farmt, was man für Ausrüstung nehmen soll Aber ich frage mich da Wofür Ich habe jetzt schon ein bisschen Also ich habe jetzt nicht viel übermäßig viel Yold, aber Prinzipiell wüsste ich nicht, was ich damit anfangen soll Oh, die haben da unten irgendwas Na wohl hätten wir mal Mittwoch Oh 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 Nee, ist ja nix. Wo war denn jetzt das mit der Truhe? Wo war die jetzt nochmal? Da. Was sind wir hier richtig, sag mal? Nicht wirklich, oder? Kommen wir hier überhaupt lang? Kommen wir hier ja nicht lang? Heil her. Bin mir nicht mal sicher, ob das hier der richtige Dungeon ist, von dem sie hier geschrieben haben. So, hier kommen wir nicht mehr weiter. Okay. 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 Das ist voll das Labyrinth hier. Zum Unterrunden irgendwo lang, oder? Geh doch mal rum, na hier! Okay. Wah, die Musik hat auch hier. Ich kann nicht noch mehr tragen. So, ich hoffe, das lohnt sich hier. Das ist nicht der Dungeon hier. Krass. Hier ist ja auch ein Schnee. Nein. Keine Widerstand. Nein, brauche ich ja nicht. Tja, ich bin da ein wenig verwirrt. Ich hätte jetzt echt gedacht, das ist das Ding hier. Aber das heißt wahrscheinlich Schinder-Dungeon oder nicht Sumpfloch. Ich lege mal jetzt ganz stark von aus. Hm. Hm. Aber wo soll denn hier noch was sein? Habe ich hier schon wieder irgendwas auf der Karte übersehen oder sowas? Aber bevor wir hier weitermachen, werde ich erstmal nochmal zurückgehen und das Zeugs ausleeren. Hallo? Seid gegrüßt. So. Ja, komm mal weg, das Ding hier. So, was hat der? Giftdauer reduziert. Lebensregeneration. Ach, verdammt. Verdammt. Nicht er behalten können. Na, ist egal. So, ist ein blauer? Oh, lass das mal irgendwann stapelbar sein, ey. Drei Kreuze. Wenn das mal passiert. So, gut. Zurück zum Schinder-Dschungel. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn ich hier irgendwo lang komme jetzt. Ach ja, jetzt haben wir ja wieder das Problem, dass die wieder alle da sind. Oh. 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 Da ist noch ein Teil, den haben wir noch nicht offen. Das ist immer kämpfen. Der macht das schon. Nur renn da mal nicht weg da, du Fatzke, Alter. Kann ja wohl nicht wahr sein, wa? Da. Da, nee, wir sind ja wohl. Wir sind ja immer gut. Blizzard weh ist wie man Leute in der Hand tut Blizzard weh ist auf alle Fälle wie man Leute nerven tut was sind das hier überhaupt ok was haben wir hier hier ist auf jeden Fall was ist das hier Schinder Dungeon naja siehst du haben wir da gefunden Mensch so lass mich mal gucken denn mal Rinder war mal Rinder und mal kicken vielleicht haben wir ja Glück und hier ist keiner Erfahrung schreien na da Junge wo bist denn du hier hier hinter wo bleibst du denn die hauen mich da du könntest den ja ruhig ein bisschen schneller pieken muss ich ja mal ganz ehrlich zugeben warte ich hab hier null wieso hab ich hier lauter Dings Tränke drin der macht das schon hau die alle weg hier den haut er nicht weg die hauen mich Da war ja keiner mehr. Ich hab mich gesehen und dachte, ich wär ein Gell Gegner. Wie doof, oder? Nein, ich hab mich gesehen. Lass ihn vorgehen. Der hat hier die beste Rüstung. Also der ist ja wirklich immer... Ne, du machst da weiter, da Mensch. Wir sind doch gar nicht alle tot hier. Kannst du ja einfach abbauen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Sollst du ja auch gar nicht, Mensch. Ich bin überladen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich bin überladen. Junge, heizt's Maul jetzt hier. Ja. Ach, jetzt hab ich wieder einen Scheiß... Packt der mir denn immer einen Mana-Trank darin? Hör doch mal auf hier, die Scheiße darin zu packen. Oh, Junge. Halt's Maul. Fick deine Mutter. Junge, dann packst du doch raus hier. Du brauchst nix davon. Oh, Junge, nee. Und ich hör auf hier die Scheiße immer mit Mana-Tränken aufzufüllen. Ja, Mensch. Raus damit, raus damit, weg damit. Hier haben wir auch schon wieder einen Taufen-Stadtportal rollen. Ist das grausam? Der nimmt alles auf. Ist das wie so ein Staubsauger? Wie so ein beschissener Staubsauger? Danke. So. Jetzt. Was macht das hier? So. Was ist hier beim Quest-Lock schon wieder? Hä? Warum wurde mir das jetzt angezeigt? Alter, war das denn hier Metzl hier, oder was? Junge, Junge, Junge. Alter, die sind ja noch nicht tot hier. Weißt du, du skillst hier auf... auf... auf mehr Schaden von den Schwertern. Aber dafür musst du erst mal treffen. Lass doch mal die Scheiße jetzt hier liegen. Oh. Der schon wieder alles unversammelt hat hier, ey. Oh Gott. Das will... Dieses System und ich, wir werden keine Freunde werden. Hier geht ja... Hier geht es wieder raus, ne? Ja. Jungen, nee, ey, da. Gut. Dann wollen wir mal in die zweite Ebene. Ja, da war es ein bisschen dir. Ja, da war es ein bisschen dir. Das ist eben noch mal. Habe ich da gerade auch ein Grün nicht gesehen? Das sah aber so aus, oder? Schade, nichts Grünes mit bei Ja, das ist ein bisschen hinderlich, dass der alles aufsammelt, was hier fallen gelassen wird Das ist wirklich teilweise sehr frustrierend Man kann die ändern Das ist nun mal so Trotzdem frustrierend Hier ist nichts Von hinten auf den Kopf Von hinten auf den Kopf, das kann ich gut Sehr gut Was ist das denn so? Ja, das ist ja so Wo ist er denn jetzt, der Mensch? Würdest du jetzt hier mal rinkommen, Mensch? Er kämpft da und er versteckt sich hinter der Wand. Ah, das ist nicht wahr sein. Das ist ja nicht weiter. Das klingt, als wenn er Fotos macht. Okay. Oh, da unten geht es in die nächste Tiefe. Wenn die Logen zieht, hat das hier auch alles, ey. Kann alles nicht wahr sein. Wir werden hier alle sterben. Ich will noch nicht sterben. Ich habe noch so viel zu gucken. So. Okay. Jetzt sei Dank, hier ein Labyrinth war. Hat er einen bestimmten Grund, warum hier niemand ist? Doch, hier sind welche. Hier kann ich hinter der Ecke warten und wenn der dann vorkommt, boing. Direkt wieder strecken. Okay, hier ist auch nichts. Okay. Hier ist auch nichts. So, sind wir eben mal rundherum. Ah, guck mal, da ist der Schatz. Da ist der Schatz. Da müssen wir hin. Mein Schatz. Schon wieder verteidigen, hier alles eingesammelt. Guck mal, nix davon kannst du hier brauchen. Nix. Aber wirklich nix. Nix. Gar nix. Ist nicht mal ansatzweise irgendwas bei, was jetzt, zeig mal, blau ist oder so. Na, was ist hier, hä? Was ist hier los, hier? Jetzt ist hier bald genug, hier, oder wat? Hier, fress doch die Jörn hier. Das kleine Appetit-Helbstchen reicht jetzt doch vollkommen aus, oder nicht? Dämlich, ein Vieh, alter. Ah, genau, geht mal auf den hier. Der kann das ab. Der kann das ab. Kicken wir mal wieder. Das lebt easy peasy. Der hat eine schöne Rüstung gekriegt von mir. Kann auch immer arbeiten. Ich bin wie so ein Staubsauger, sammle hier alles auf, was ich mir gebrauchen tue. Das kann raus, das kann raus. Ich bin ja nicht weiter hier in dem Loch. Nöd. Zumalte er ja nicht mal wat ja hab, weißt du? Nicht mal wat aufregnet. So, wo du sagst, denn so, oh, da muss man jetzt nen schönen Schatz geholt hier. Mach den mal. Mach du mal. Ich find die Animation cool. Ach, der kann das auch so. Ich brauch da ja nicht mehr helfen, da. Ich hab sowieso keine Hilfe. Hier, gut. Das hätten wir. Zwillingsmesser. Ich lebe mal wat vernünftigt. Ähm, Kollege. Ich brauch mal deine Hilfe hier. Sag mal. Pass mal ein bisschen auf hier, wat ik hier mache. Ich bin überladen. Oh, wer war er? Wat? Puh. Wie überladen. Achso, ich kann die Scheiße nicht aufnehmen, weil mir hier Dinge fehlen, richtig? Der Platz. So, warte mal. Brustpanzer. Spieß. Den nehmen wir erstmal mit. Den Brustpanzer können wir mitnehmen. Können wir mitnehmen. Okay. So, und jetzt machen wir hier die Truhe auf und haben hier schon mal die Türen. Aber hier ist nicht... Ich habe gedacht jetzt... Scheiße. Findet den Gitbin im Jinder-Dschungel. Also im Dschungel selber? Aber wohne da? Weil hier ist ja jetzt nichts mehr, ne? Ne. Ach du Scheiße. Wo ist denn der nur wieder? Was für ein Glück. Kalims Gehirn kennt Mephistos Schwäche, legt es in den Huradrim-Würfel und fügt Kalims andere Relikte hinzu, das Auge, das Herz und den Flegel. Ja. Da ihr den Gitbin bis jetzt noch nicht gefunden habt, muss der Dolch tiefer im Dschungel bei Kurast versteckt sein. Okay. 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 33. Schneller Angriff zur Schnelligkeit. 34. Schneller Angriff 34. Schneller Angriff